Julius, mein Großer. Was ist denn los? Du siehst so traurig aus. Erzähl mal. Ich merke das, oder sie fällen die Halle gerade. Die ganzen Nacht muss ich nur Hausaufgaben machen, wegen dem zweiten Lockdown. Hey, Kopf hoch. Es kommen wieder bessere Zeiten. Um dir ein bisschen zu helfen, glaube ich, haben wir jemanden, die dir mitmacht. Echt? Und das gibt es ja. Wo ist denn die Steine? Wir sind Titans! Let's go! Jawohl, der Land ist gekommen. Hallo! Hey, 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 hey! Hallo Titans Kids, ich bin Georg. Ich bin Julius und ich spiele mit Georg zusammen in der NWL. Hallo Titans Kids, ich bin Nils, ich bin der BF Dealer bei den Dresden Titans. Hallo Titans Kids, ich bin der Sven, ich mache ein FSJ bei den Titans und coache zusammen mit dem Nils, die U16. Und ich bin Coach Conny, coache die U12 und die U10. Und den da drüben, den kennt ihr ja, das ist Titanius. Und zusammen haben wir für die nächsten harten Wochen jede Menge lustige Spiele für euch vorbereitet. Ihr dürft gespannt sein.